Also, jetzt warten wir einmal. Ach Gott, Lena, das ist gar nicht so einfach. Left, so, wo ist das Kreuz, da? Schöne in der Mitte? Grüß Gott, ich bin der Rosbach Sabine und ich pläude heute mal ein wenig auf Lutschterisch. Ich freue mich so, ich habe immer gewünscht, dass ich mal ein wenig auf Lutschterisch spielen kann und heute darf ich das. Also, Lutsch, das ist eigentlich Ludwigsstadt, das ist ganz kleines Städtchen an der bayerisch-thüringischen Grenze. Das geht also auch sprachlich schon ein wenig ins Thüringische, warum? Das musst du dir so vorstellen. Das ist so ein bayerischer Zipfel, da wo sich auf Thüringen hineintrickt. Und da, ganz um, ist Lutscht. Also, da bin ich groß geworden und da gelabelt als kleines Mädchen. Na ja, und irgendwann bin ich ein wenig in der Wald gerast und da gewesen, da gewesen, aber ich gehe immer ganz verrückt in meine Heimat. Das war's. Das war's. Vielen Dank.